Sie stehen unter Sphärenbeschuss! Sie müssen was tun! Zeigt es diesen Pestbeulen! Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe! Feuer! Feuer! Einer ist noch übrig! Das war guter! Sie gehen unter! So muss das sein! Gut gekämpft! Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn! Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen! Meine Sorge, Arja! Ich benehme mich auch! Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe! Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich! Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können! Pompejus Magnus! Grüße und Freundschaft von Königin Cleopatra! Cleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Cleopatra wäre eine Vereinigung der Macht! Sie sucht keinen Verbündeten! Sie sucht einen König! Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat! Also gut! Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein!